Heute bei kurz vorgestellt haben wir das Spiel 21 aus dem Hause NSV. Dafür solltet ihr 2-6 Spieler sein, 8 Jahre alt sein und 15 Minuten Zeit mitbringen. Ja, bei diesem Spiel gibt es 6 verschiedene Spielzettel, so dass jeder Spieler einen etwas anderen Spielzettel hat, was aber nicht bedeutet, dass es unterschiedliche Punkte gibt, sondern die sind immer gleich. Ja, hierbei wird die Reihe für Reihe von oben nach unten durchgespielt, sprich erst wenn ich die oberste Reihe beendet habe und ausgewertet habe, darf ich in der nächsten Reihe weitermachen. Was dazu führen kann, dass verschiedene Spieler in verschiedenen Reihen spielen, da sie vielleicht den einen oder anderen Würfel eher verwendet haben oder auch verwenden konnten. Ja, der aktive Spieler würfelt mit allen Würfeln, sollte er damit zufrieden sein, wird der Wurf so genommen. Sollte er damit nicht zufrieden sein, darf er nochmal mit allen Würfeln erneut würfeln und jetzt muss dieser Wurf genommen werden. Jetzt muss jeder teilnehmende Spieler mindestens einen dieser Würfel verwenden, kann aber auch, wenn er möchte, alle Würfel verwenden. Ja, natürlich auch wie gerade schon erwähnt, muss es in der aktiven Reihe eingetragen werden. Zum Eintragen ist natürlich die Würfelfarbe von Interesse und die Zahl, die darauf abgebildet ist. Ihr könnt nur Zahlen eintragen, die entweder der Zahl entsprechen oder niedriger sind. Ja, und solltet ihr einen passenden Würfel haben, sodass ihr die Zahl eintragen konntet, wie sie auch gefordert ist, dürft ihr daneben ein Kreuz machen, welches nachher Bonuspunkte beschert. Ja, und solltet ihr das Pech haben, dass irgendjemand gerade gewürfelt hat und ihr leider überhaupt keinen Würfel davon verwenden könnt, weil euch vielleicht nur noch ein Feld fehlt, müsst ihr leider das am weitesten links liegende Feld streichen. Natürlich auch hier wieder nur in der aktiven Reihe. Ja, und sobald ein Spieler die letzte Reihe abgeschlossen hat, werden alle Punkte zusammengezählt und der Sieger ermittelt.